Haste vor mir! Ja! Jaaaaa! Soleil! Dräde so geschafft, als gestorben bin! dadada 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 守 tit 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 tschüss man jetzt ist was passiert Und der ist natürlich der Einzige, der da hingeht. Wir verfolgen diesen komischen Mr. Schnösel mal. Wollen wir das wirklich? Nö. Gott. Ich bin Ron. Jetzt habe ich es. Eben die ganze Zeit Harry gespielt, da muss man sich schon mal dran gewöhnen. Ich setze hier erstmal was zusammen. Das ist eine wunderbare Idee. Ich habe es lieber gemacht. Ich zerfetze dich. Stirb. Ich habe gesagt, stirb. Wer hat mir das denn jetzt gemacht? Jetzt fragt mich nicht. Hol dir den Stein. Und er ist selber. Ich frage mich, warum wir das Schloss für da oben die Tür herkriegen. Achso, ist das da oben? Ist möglich. Ich kann auch nichts. Gut. Au. Obdach oder erwischt es mich? Da oben. Gehen wir doch da lang, ne? Ist aber auch ein riesen Gebiet, ey. Unglaublich. Er packt seine Sachen. Du. Natürlich. Sieht gerade aus wie Elvis. Zwei gegen eins, mein Freund. Sieht schwer aus für dich. Komm, führ uns zum Sieg. Warum nehmen wir den eigentlich mit? Auf jeden Fall ein Schiss wie Sau. Ja. Und schon wieder ein... Also mach hier! Wow! Haben wir uns erschreckt? Nö, übrigens nicht. Er ist auf jeden Fall schon wieder mal ein Level. Wie auch sonst momentan. Ja, es ist schon wirklich für Fairy zu stehen. Jetzt verfolgt ihr, oh, du mich nie misst. Aber wenn ich richtig liege. Ja, siehst du die Herzchen hinter dir? Ja, sag es doch! Oh. Ich putze mich selbst weg. Hört's mal. Ja. So. Nach so einem Adrenalin-geladenen Spiel, wie gerade eben, sind wir immer ganz froh, wenn hier mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja, holst du dir. Oder den verdienten... Lämpchen! Wann, es macht nur... Plupp! Kretze! Ach, du müsstest mal... Äh... Genau. Wow. Schön, wie sie könnte. Jetzt muss ich auch mal was mit dem Klo machen. Was sieht hier gesund aus? Schlinge. Juhu! Na dann. Du meinst. Ähm... Ja. Ja. Schön an die Farbe. Ja. Hö. Ah. Ab! Ha 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 ha! Bist du schon da? Frosch. Äh! Lass mal eine Kommode stehen! Jetzt gibt's Frosch-Schenkel! Raus mit dir! Ich hab gesagt, raus mit dir! Verfolg ihn! Verfolg ihn! Blitz ihn! Gib's ihm dreckig! Gehen wir noch nicht lang! Nicht das schaffe, ein Levelfall! Ja, deswegen. Natürlich. Da hab ich eigentlich schon alles. Du nerviges Ding, du! Da sitzt ein Kürbis. Momentan check ich's nicht. Naja, entscheidend müssen wir da weiter versuchen. Jaaa! Ich hab mir noch einen Frosch verwandelt. Da. Und sein Lehrmeister. Ja, das ist ja schon ein Frosch. Natürlich. Kürbis! Äh! Mann, hau mal ab da! Hä? Was auch, was du jetzt machst. Das sieht sehr richtig aus. Nicht kretz, ne! Ah, Spiegel. Spiegelein an der Wand. Wer ist der schönste? Noch nicht, noch nicht. Ich muss mal alles checken. Ist da irgendwie lang? Mann! Okay, doch nicht. Ich hab mal alles gefunden. Es steht 21.000, 1.000, 1.000. Aber hauptsache, wir werden ein wahrer Zauber. Und jetzt, äh, na was muss ich denn? Da muss doch paselige Sprase machen. Hast du gemacht? Ja. Du hast... Paselige Strah... Ah, Strah... 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 Paselige Strah... Meine Scham... Alter, gehen wir nicht auf den Sack. Ah, du bist ja, glaube ich, gleich los. Na, mein Glück. Ich hoff's. Frauen! Das ist so ein Thema. Aber nicht alle. Mann, die sind auch ganz harmlos. Naja. Eins von vier. Zwei von vier. Na, schnieker. Kann's nicht kaputt machen? Nee. Ey! Es fällt auseinander. Huh? Was denn? Iiiiiiii. Ach nöö. Octophus. Guck mal hier, das ist die Haut der Schlange. Iiiiii. Wie cool. Iiiiii. Long hat doch seine грätze dabei ist, also nicht die Krankheit. Ja, aber sie kann nicht graben. Meine Ratte muss graben können. Doch. Das hat sogar funktioniert. Chiron. Wow. Ich glaube, nein. Wir müssen. Oh, ist das ich, du kleiner Stöpsel da? Ah! Wollen wir gerade von Stöpsel reden. Ernsthaft? Plopp. Ich glaube, das schmeckt dem nicht so ganz. Friss mal. Roll dich weg. Du schamlippen Bär. Jetzt kommen wir da bestimmt hoch. Ich überlasse dir den blauen nicht. Ich wollte nie mal lassen. Ah, so gut. Ey. Thank you very much. Thank you very much. Soll ich mich auch da hoch schieben. Genau. So klar. Wieso kann man das jetzt benutzen? Ging das gleiche eben nicht. Nee. Du bist. Ne, jetzt. Ne, Angel. Angel uns auch das. Ja? Teil. Wie soll ich ihn darüber kommen? Geh doch gar nicht. Ein Stöpsel. Könnte es sein. Du bist sehr stark geschwächt. Ei, 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 ei. Wieso sind wir vom Hunden? Hä? Jös, klar. Ei, 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 ei. Ich glaube nicht, dass wir... Ah, geh rein. In der Schlange im Maul. Und Schüss. Hinter dir. Ist er ein Blauer? Ja. Ja, das macht dann der da unten. Spinnenweben Nummer 1. Spinnenweben Nummer 2. Und keine Stutz. Ich will aber gar nicht weiter, weil ich vermute... Sind wir wahre Zauberer? Natürlich nicht. Das ist das nicht zu. Komm runter da. Wir gehen die erste schon mit Wahrheit. Bäh! Bäh! Soll ich noch irgendwas finden? Reichen die 3? Natürlich nicht. Ne, der ist noch zu... Ronald Weasley. Also spinnenweben wieder auf. Sie baut spinnenweben wieder auf. Und? Fuck. Jetzt nicht schon wieder. Komm. Nein. Ach. Nein, scheiße. Oh! Nein! Spinnenweben. Oh, komm schon! Nein! Das ist nicht wahr! Nein! Ihr seid alles blöde. Achtung, wenn du da hinten hingehst, könntest du sterben. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh, nee. Die spinnenweben haben wir schon gemacht, gell? Ja. Na gut. Auch nicht schlimm. Man kann eben nicht alles erreichen, würde ich sagen. Nein. Was? Dann wollen wir weiter. Ja, scheiße, ey. Ey, der ist jetzt wirklich stoff. Au! Das ist jetzt ärgerlich. Und schon wieder. Äh. Vor allem wollen wir uns zu blöd dafür. Äh, leicht doof. Hä? Autsch. Der wollte einen Zauber machen, der King, aber irgendwie nicht. Warum auch immer. Wo hatte die Tasse her? Wo hatte die Tasse? Oh, Genie. Und sie ist. Genie. Geht es dir? Ah, 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 ah. John Riddle. Äh, du bist gut? Tom, nicht John. John, John, John. Der Basilisk. Alter. Ja. 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 Gerade so geschafft, als gestorben bin. Da, 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 da. Okay. Ganz gut. Ja. Ich helfe mich doch. Erschweckt. Ja. Laserblick. Alles klar. macht weg weil ich es geil finde ich bin rücken schon mal das gewusst du siehst mich nicht du siehst mich nicht ich kann den austricksen wie cool du musst ins wasser dann kannst du mich darum schwimmen irgendwann sagt er dir das geht aber nicht so ok ok wie gehen wir ein wie gehen wir den kampf an ja das ist tom riddle könnte es sein komm mal hierher aber nicht rüsten lassen da hinten ist doch was lass die hierher kommen hat er gar nichts ausgemacht du bist verfolgt jetzt hat er sich mal gerade genommen bleib mal hier stehen und wenn er ihn zum angriff ansetzen spring weg spring ah verstehe ich habe es mir gedacht was ist denn da drin werden wir gleich sehen oh mein Gott ne plume du musst einen trank vorbereiten ich sage du musst einen trank vorbereiten solltest du die plume mitnehmen alter lass das lass los was auch mal da drin ist ich will es haben was ist das geht oh ich komme zu dir da hinten ist noch eins obwohl er hat es eigentlich nur auf dich abgesehen ich muss eigentlich gar nichts jumping oh wo du au das Herz nimm das Herz mit nimm das Herz mein Herz da ist ein Herz ja hast du sehr gut lass du dein Herz ich hatte noch drei Herzen aber du warst wieder kurz vorm Tschüss man ach du hast es schon sehr schön und jetzt würde ich gerne einen Schnaps haben hol dir einen Schnaps Jenny hast du Jenny ges- Jenny Jenny heißt es Jenny ja ich dachte Jenny ne Jenny boah du bist denn zusammengezockt ja hab ich mich gerade mal erschreckt ich war damit gerade der sprechende Hut au au guck da nicht hin er hat ihm die Augen geklaut und jetzt ist der Basilis taub äh blind taub ich dachte er kann nicht mehr rießen und jetzt kann er uns nur noch hören gut nächste Angelegenheit muss ich dich abschießen wäre eine blöde Idee Boden der lässt uns ja nicht da hoch sehr schön also wo das war Basilisk ist weg Togmann wo ist denn wir können was bauen dann bauen wir doch mal was ach jetzt ist er aber nicht auch weg da hinten jetzt können wir nämlich auch zu diesem ach so was soll auch mal das ist was bist denn du nützt die Harmonika nicht wirklich oder eins von drei Jenny dann bauen wir nochmal zwei von drei ne Geige eine Jorine alles klar ich glaube du brauchst mal Hilfe dabei wir brauchen noch drei von drei ich hab's kompete saxophon es ist ja schief das muss doch der mit diesen Schlüssel machen der schriftstelle immer noch da oh die sind Gnom da ja ja ok so meine Herren und weiter geht's ey da ist die Faxen ist ok ist ok ich hab grad gesagt du sollst die Faxen lassen ich bin wem hallo hallo ha jetzt hier benutzt und tschüss man ja natürlich so ne riesen Schleim und dann fällt sie einfach auf den Kopf das ist vielleicht tritt drauf gib ihm ja natürlich flippt total aus das ist zu cool kleine Kinder müssen spielen tut mir leid oh Harry wird total aggressiv ach guck mal an die fänd Was das für ne Schupps da oben ist das werde ich niemals erfahren niemals höchjach ja doch könntest du willkommen teilweise noch mal spielen jaja war es alles machen müssen aber das coole ist dann du musst ja noch mal spielen aber du musst dich mehr drum kümmern, dass du wahrer Zauberer wirst. Außer natürlich bei einem. Bei den Einen bin ich gestern und du krepierten seit dafür. Ja, ja. Du durftest nicht mehr tanzen gehen. Ja doch, das war es einmal. Ich glaube, ja. Es reicht. Ein Level reicht. Ja, ein Level reicht. Schüler in Gefahr haben wir gerettet. Wir haben das Level abgeschlossen und wir haben sind wahrer Zauberer. Das heißt drei kleine Stähnchen. Genau. Wie so oft. Die Geschichte ist sowas von vor kurzem. Geschippt.